Ey, diese paar einzelnen Pixeln, die fehlen, die fallen gar nicht auf. Ultra geil, gute Arbeit, Chat. Ultra geil, XPC, rastet aus. Okay, lass gegenhalten, lass gegenhalten, lass gegenhalten. Oh nein, haltet gegen! Haltet gegen, haltet gegen, haltet gegen. Macht das hier rot und weiß, rot und weiß. Oh, 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 it's a streamer? Alright, give me his art, give me, give me his location. Chat, where, where is, if they build something, tell me where it's at. Oh! Wo sind die Polis? Bruder, der sieht gar nicht gut aus, wa? Nein, 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 er macht den Streamer, exküssi, was ist das? Wie ist eigentlich... Mach auch ziehen auf? Nee, ich hab die Polis, die Polis, die Polis, die Polis. Oh mein Gott. Wir leiten den Mann, alter. Die Polis, die Polis, die Polis. Die schreiben, die schreiben die Polis. Die schreiben echt die Polis. Die Koordinaten sind 831870. Where is the dude, where is... Chat? Another point, another point, another one is... Okay, fuck, es funktioniert nicht, es funktioniert, fuck, fuck, wir brauchen was Neues. Wir brauchen was Neues, was... Ich suche immer die Springsteine. Bro, wir machen in Guatemala, in Guatemala. Chat! Where is this guy's spot? Is that his alter? Nein, der hat ihn, der hat ihn, der hat ihn, der hat ihn. Ey, wenn er unseren Drachen angreift, chatten, müssen wir ihn verteidigen. Haltet eure Pixel, haltet eure Pixel. Oh, viele Leute schreiben nein. Viele Leute schreiben nein rein. Guys, guys, guys. Look at you guys. I said, is this it? Oh, nein, es sind so viele First-Time-Chatter. Nein! 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 Verteidigen, verteidigen, Chir, verteidigen! Oh, mein Gott! Verteidigt das Face! Macht Pause, 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 Pause! Ihr braucht das Overlay! Oh, mein Gott! Alles gut, alles gut, wir bauen ihn einmal wieder auf. Es ist kein Problem, es ist kein Problem, es ist kein Problem. Go, 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 go! Okay, rechter oberer Wing. Achtung, hier, 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 hier. Ich place mine auch. Macht ruhig irgendwie rot oder schwarz, es muss nicht perfekt sein. Es muss nur, genau, repariert aussehen. Es muss nur repariert aussehen, genau, genau. Die Leute, die das Overlay haben, kümmert euch um das Gesicht. Sehr, sehr stark! Sehr, sehr stark! Links oben, links oben, passt auf! Und nicht alle reparieren auf einmal, er wird noch mehrere. Links oben, die Leute, die kein Overlay haben, ihr könnt easy diesen Flügel hier machen. Das ist alles schwarz, gar kein Problem. Easy, 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 easy. Easy, easy, easy. Die Leute greifen hier unten an. Hier, save them, go, 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 go. Go, 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 go. Hol dich das Overlay. Kein Problem, Chad, kein Problem. Falls ihr noch euren Pixel ab habt, hier schwarz reinballern. Das muss nicht perfekt sein, einfach schwarz. Es muss nur repariert aussehen. Go, 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 go. Schön, 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 schön. Nice, gut job, Chad. Sehr, sehr gut, wir sind fast wieder da. Für ein paar Leute, die das Overlay haben und noch nicht ihre Pixel geplaced haben, fix das Gesicht. Gesicht, guck mal als erstes hin. Oh, place.de hilft uns. Oh, Boss. Digga, es ist alles wieder repariert. Oh my God, so strong. Bro, die können nichts machen, holy shit. Es ist alles da. Easy, easy. Hier, die rechten Flügel auch nochmal fixen. Ein bisschen Grauheit setzen, aber sehr, sehr strong. Good job, good job, good job. Sick, sick, sick. Sick. Die werden nochmal angreifen. Saved eure Pixel, saved eure Pixel. Nein, 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 er überprüft, ob es ein Bot ist. Er überprüft, ob es ein Bot ist. Er kann es nicht glauben. Ja, true. Er kann es nicht glauben. Oh my God. Oh my God, let's go. Easy. Easy, easy. Der Kampf gerade. Easy, bro. No Bots, you idiot. Bro, stark, stark. Ey, wir bauen noch ein paar Leute, die vielleicht das Gesicht fixen, aber nicht zu viele. Saved eure Pixel. Bottle Andy. Drones. Actual Drones. Yikes. That is weird. Losing the Bots. Young. Man. Bruder, er redet so AI-mäßig. Ich weiß nicht, ob ich ihn gucke oder seine AI-Version, bro. Sollen wir... Okay, eine Minute. Saved eure Pixel. Saved eure Pixel. Er ist fast wieder hingebaut. Wir bauen alle Pixel. Wir bauen alle Pixel. Auch die von DE, chat. Alright. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr helft. Okay. Es ist nicht wichtig, dass hier so... Also, das hier, so sieht es eigentlich aus. You know? Äh, mein Overlay backt. Egal, scheiß drauf. Ihr checkt... Es ist nicht wichtig, ob hier diese einzelnen grauen Strähnen sind oder so. Scheiß drauf. Es muss nur repariert aussehen, wie Stiggy meinte. We're doing one more wave, chat. Okay, okay. We're doing one more wave. One more wave. Ja, easy. Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Haltet eure Pixel. Haltet eure Pixel. Ich will get a chance. Er schreibt in Chat. Er schreibt in Chat. Was schreibt in Chat? Koordinaten, Koordinaten. Also, wo die genau machen sollen. Auf der Stirn vom Drachen. Stirn vom Drachen? Hold your dots. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Verify your account. Wir gehen alle auf den Kopf. Okay, okay, okay. Achtet auf den Kopf. Achtet auf den Kopf. Holt sich das Overlay. Viel Rot setzen. Es dürfen keine Löcher entstehen. Genau, genau. Es ist einfach Rot machen. Merkt euch ungefähr, wo es ist. Guckt schon mal, wo ein Pixel ist. Macht die Farbe und dann replaced ihr einfach gleich. Nicht alle playsen. Nicht alle playsen. Macht langsam. Macht langsam. Macht langsam. Macht langsam. Okay, hier, hier, hier. Oben, hier, oben, hier, oben. Diffen. Das hier müsst ihr gut aussehen. Face ist gut. Face ist gut. Das hier, Diffen. Schön, schön, schön. Falls ihr wisst, was ihr macht, dann replaced hier ungefähr diese Outlines. Dann können die Leute besser nachmalen. Schön, 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 schön. Bro. Bro, easy. Easy. Hier, 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 hier. Pass auf. Ligger, 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 Ligger. Ist easy, ist easy. Das hier einfach schwarz. Das hier einfach schwarz. Das schwarz ist das Wichtige. Schwarz und hier rot. Das ist dieses Burgunderrot oder sowas, glaube ich. Easy, easy. Bro, das ist legit kein Damage. Kein Damage. Wundervoll. Malt hier diese weiße Linie nach, wenn ihr das Overlay habt. Diese von dem Flügel. Diese weiße Linie hier nachmalen. Checkt hier diese untere, linke, weiße Linie. Einfach rot reinplacen. Rot reinplacen. Rot reinplacen. Hier schwarz. Hier dunkles Grau. You know? Ist easy. Es muss nicht perfekt sein. Einfach nur diese, ungefähr diese rote Farbe. Stopp it. Now take the face. Okay, jetzt geht sie zum Face. Passt auf, dass sie trotzdem hier oben noch macht. Ein paar Leute sind dumm im Kopf und werden immer noch das hier ergreifen. Jetzt das hier, das hier, das hier. Hier brauchen wir die Leute. Das muss strong sein. Wir brauchen die Leute. Wir brauchen die Leute, die die Overlays haben. Go, 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 go. Unten schwarz. Unten schwarz. Unten schwarz. Das ist easy. Das ist easy. Das ist easy. Das ist easy. Das ist einfach schwarz replacen. Easy, 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 easy. Das ist viel. Okay, das ist viel wie gerade. Das ist viel, ja. Das ist einfach replacen. Das ist einfach schwarz replacen. Scheißegal. Okay, massive debate jetzt. Ihr müsst auch langsam machen, Chip. Okay, ihr müsst auch langsam machen. Also langsam, ja. Chillt lieber, chillt lieber. Chillt, chillt. Wir brauchen ein paar Leute, die das Gesicht rebuilden. Hier so diese Augen. Wir brauchen diese Augenpartie wieder. Er redet zu dir. Fuck you, Milch. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Gleich komplett getektiert. Easy, easy, easy. Versucht das Gesicht so ein bisschen zurückzubauen. Hier diese weiße Linie weg, geil. Check it. Was labert er, was labert er, Digga. Hier kommt kleine Attacke auf dem rechten Flügel jetzt. Einfach nochmal mit grau replacen. Das ist easy. Grau und schwarz. Das ist easy one. Das ist easy one. Bruder, das ist easy. Er kann gar nichts machen, ne? Er kann nichts machen. Wohin, 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 wohin? All in. Sie greifen alles an. Sie greifen alles an. Okay, konzentriert euch. Konzentriert euch auf die großen Flächen. Die großen Flächen müssen gut aussehen. Das hier unten werden die angreifen, weil das groß ist. Das hier ist schön. Schön, 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 schön. Easy. Konzentriert euch nicht so auf den rechten Flügel. Der ist easy. Macht mehr so die Mitte. Gesicht vielleicht nochmal reparieren. Schön, schön, schön. Hier unten, hier unten, hier unten. Unten in der Mitte. Unten in der Mitte wäre geil. Unten in der Mitte wäre geil. Bro, easy. Alter. Easy. Leute, schreibe ihm Fell auf rein. Nice. Er hat zugegeben. Oh, irgendwer bottet hier rein, oder? Was war das gerade? Ja. Ich glaube, Bro, die Leute schreiben, aware we fell off. Er hat es selbst gesagt. Er hat es gesagt. Oh mein Gott. Er hat es gesagt. Easy. Du bist der neue Exklusiv. Easy. Er ist die Kopie jetzt. Holy shit. Wir können doch einfach ein L rein machen. Ist das einfacher? Ein L ist einfacher, oder? Das geht hier hin. Go, 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 go. Bitte auch ein paar Leute, die das vielleicht aussäubern an den Seiten. Checkt ihr. Oh, der sieht es. Er sieht es, er sieht es, er sieht es. Das ist wundervoll. Oh mein Gott. Noch ein Stück nach oben ziehen. Noch ein bisschen Stück oben. In schwarz da rein, dass man es sieht. Äh, man sieht es schon. Nice, 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 nice. Nice. Easy. Oh mein Gott. Sein Chat sieht, sein Chat sieht. Sein Chat sieht, Bro. Holy shit. Die denken Bots, Bro. Ich weiß nicht, mit wem labert er gerade. Was denkt ihr? Es ist noch nicht over. Es gibt noch einen Attack, glaube ich. Ich habe Missgib geschrieben. Ich habe Missgib geschrieben. Wenn ich sage, I'm born on the twelfth. If I say twelfth eye, if you're born on the twelfth, you're attacking the eye. Bro, wie kompliziert. Was ist das für eine goofy Strat? Ich will den Namen mehr als die Vokale haben. Greif das Auge an. Greif das Auge an. Die Vokale, Leute. No joke. Missgib Kostüm. Hi Missgib, we need your help. The fucker over me is attacking. Fill in the black parts in the red parts. You know? It's easy. Bruder, das sind solche goofy Strat's, wirklich. Hey, wenn dein Name mit einem K anfängt, greif deinen den rechten oberen Oberschenkel an. Bro, was deine Scheiße, Bro. Okay, viel Gesicht. Leute, die das Overlay haben, müssen das Gesicht unter Kontrolle haben, Chad. Die Nachtwache hat das Overlay übernommen, Kevin. Wow. Gute Arbeit. Ich glaube, jetzt wird es nie. Jetzt ist es over, Digga. Bruder, er weiß nicht. Wir haben es halt zu tun. Er hat es halt zu tun mit deutscher Ordentlichkeit. Es sind nicht, weil du wirst, aber es sind halt auch die Freaks. Missgib hat gefragt, was er in Return bekommt. Ich habe geschrieben Blowjob. Mal gucken, ob es klappt. Oh, Footjob. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, es geht los, es geht los anscheinend. Okay, easy, easy, easy. Chillt noch, chillt noch, chillt noch. Ist das schon die Strat? Geht schon los? Oh, du hast es gehört? Ich dachte. Er merkt gerade, dass es zu viel Text war. Oh, mein Gott, das ist so arsch. Bro, er switcht wieder zu alten Strat. Ey, kriegen wir es parallel hin, sein Glue auch noch einzunehmen, das wäre krass. Bro, what the fuck, Bruder, man merkt gar nichts. Deutsche Effizienz, no joke. No joke. Keine Chance. Bro. Bruder, ich weiß gar nicht, was ich callen soll, weil gar nichts angegriffen wird. Ey, ich glaube, ich glaube, Reddit ist down bei mir. Ich glaube auch, bei uns allen. Es ist passiert. Ich glaube, Reddit ist down. Ich glaube, es ist passiert. Bei ihm auch, bei ihm auch. Ja, bei uns allen. Reddit ist down. Oh, mein Gott. Es ist passiert. Oh, mein Gott. Ihr habt Reddit schlafen geschickt. Ihr beide, das ist krass. Bots! Fucking Bots! Bruder, ihr denkt, dass wir Bots sind. Easy. Oh, nein, es wird wieder ein neuer Plan, Bruder. Falls ihr heute mit dem linken Fuß aufgestattet seid, greift ihr jetzt die Zahn an. Oh, nein, es geht wieder los. Links geht. Warte mal, links gehen die Pixel, nur rechts nicht. What? Wait, das wirkt so, als wäre es gewollt, right? Jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Oh, 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 oh. Go, 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 go. Oh, er ist mitgenommen, er ist mitgenommen. Wir müssen in den Garten stecken. Jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir. Schwarz und Rot. Schwarz und Rot. Schwarz und Rot. Ja. Ihr checkt sie ja in etwa. Man checkt ungefähr. Und die Leute von der Nachtwache, die sich auskennen. Wir brauchen euch im Gesicht. Also, von den Brachen. We checkt schon. Oh, das ist sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Go, 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 go. Hier oben auch mal den Flügel ein bisschen reparieren. Die Outlines ziehen, you know? Und hier, das ist in der Mitte. Das Gesicht ist das Wichtige. Alles um das Gesicht rum. Brody, schreibe A slash bots. Hier auch hinten diesen Rücken mal einmal fixen, weil wir gerade nichts zu tun haben. Alright. Bruder, er macht Paint. Er macht Paint. Malt du selbst neu. Würdest du dir zutrauen, ein Fragezeichen nochmal reinzumachen? Ne, ne, ne. Wir sollten save, wir sollen save. Oder sollen wir? Ich weiß nicht. Rubius hilft uns auch. Rubius ist auch da. Ich hole mir ganz kurz meine 50 Bonus-XQC-Points, wie die heißen. Auf casual. Weil du halt doch noch ein Fan bist eigentlich. Der ist halt schon so. Aber ja. Er hätte den Kauner rückwärts machen sollen. Now, please. Now, please. Er hat das selbst nicht erst mal. Ich guck dir mal so den Drachen das Bild an. Ist das scheiße. Das ist das halbe Abitur, das du da brauchst. Ist das scheiße. 32. 32. Ist das scheiße. 32. Ich sitze dir zuerst. Es juckt dir doch nicht. 32. Es juckt dir. Eigentlich ist sie mir egal. Oh mein Gott, Bruder. 32. Bro, Dennis. 32. Easy. Und go, 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 go. Okay, schön, schön, schön. Schön. Hier unten schwarz. Boah, das ist easy. Das prallt ab. Ja, ja, das ist schön. Leute, schreibe schon. Retreat. Keine Chance. Oh, 7. Schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guckt dir sein Gesicht an, Bruder Sticky. Guckt dir sein Gesicht an. Leute, schreibe ihm I surrender, Bro. Oh mein Gott, der Arme, ey. Bro, da ist sogar ein Bot, der uns über uns drüber zeichnet. Und selbst der hat keine Chance. Guck mal, da ist ein Bot, der XVC schreibt, Bruder. Selbst der hat keine Chance. What the fuck. Ich glaube, er macht den Stream jetzt auf. Warte. Wenn er den Stream aufmacht, dann mache ich Fullcam und zeige ihm den Dicken, oder? Nein. Aber er wäre stark, aber wäre stark. Ich glaube, er macht, was macht er? Er macht I Robots, macht er auf. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, was will ich jetzt auf. Was ist das? Was zum Fick ist jetzt der Plan? POV. I watch Papatipapati. Hahaha. I watch Papatipapalizzi. Holy. I watch Midskip. Look at me, guys. Look at me. I'm unique and cool. Hog. Hahaha. Hahaha. Herrlich. Das wird ein gutes Video danach, Bruder. Sag ich dir so, wie es ist, Sticky. Okay. Amma, 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 Amma. Wenn ihr heute im Stegen gepisst habt, dann greift ihr das Auge an. Wenn ihr mit vier in Mathe heute hatte, let's go. Aber merkt euch die Zahl wirklich. Also jetzt ernsthaft. Nicht rechnen, sondern einfach dann trotzdem. Amma, Amma, Amma. Schön. Fix das Gesicht, fix das Gesicht, fix das Gesicht, fix das Gesicht. Falls ihr keinen Augenblick habt, fix das hier, fix das hier. Send it. Selbes Strip wie immer. Okay, selbes Strip wie immer. Okay, wir müssen wieder reingehen. Pack it up, Boss. Schreiben, Leute. Too many. Hahaha. I'm switching sides. Hat einer geschrieben. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das träumt er doch selbst. Bruder, das geht ja jetzt. Okay, er verliebt den Verstand, Chad. Er hat seinen Verstand verloren, Bro. Okay, ist es Zeit für ein L? Er hat es gesehen, er hat es gesehen. Bruder, wenn er jetzt nochmal die 32 aufmacht, habe ich alles gesehen. Bro, das wäre krass. Wenn wir so ein L über sein bauen, wäre krass. Bruder, wenn jetzt wieder die 32 kommt, dann habe ich alles gesehen, Leute. Aber er hat nicht mal genug Platz. Er sagt, die anderen paar dürfen Urlaub machen, die haben frei. Alle schreiben Fragezeichen, Bro. Wollt er die 32 nochmal machen? Oh mein Gott. Bruder, wirklich, ich weiß nicht, was ich callen soll. Ich habe das Gefühl, die Leute checken selber schon. Right? Hahaha. Macht langsam, macht langsam. So ein paar Sprinkles sind nicht schlimm. Wir dürfen nicht so overplayen, aber es ist easy, glaube ich. Hahaha. 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 Die Russen helfen uns mit der Kralle. Oh, okay, die Russen helfen uns anscheinend. Wir bauen jetzt... Wir bauen jetzt... Man hat gesagt, dass er alles schwarz macht jetzt? Ich glaube schon, ja. Uns ist ja Smart, halt. Das heißt, ihr müsst jetzt primär nur noch rot reparieren. Oh mein Gott. Guck dir Glug an. Ja, ja, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Krass, oder? Oh mein Gott. Bro, das passiert parallel. Holy shit. Okay, rechte Flügel. Der rechte Flügel wird angegriffen. Oh nein, das geht wieder los. Schön, schön, schön. Dranbleiben, Chad. Dranbleiben, dranbleiben. Wir könnten... Wir könnten uns träumen und echt mit 32 in den Drachen schreiben. Das wäre... Oh mein Gott, das wäre stark. Das wäre stark. Lass das gleich machen. Lass das gleich machen. Ins Glug rein schreiben, weil da ist er nicht konzentriert drauf. Aber noch nicht wasten. Noch nicht wasten. Noch nicht wasten. Aber das ist der Plan gleich. All right, denkt dran, die Zunge hier ist in Indigo. Das ist Indigo. Die Zunge ist Indigo. Junge, grau, grau, scheißegal. Mitte, rot. You know? Augen, einige was gelb halten, aber die machen von alleine. Oh mein Gott, die 32 auf Clure ist fertig. Die 32 ist fertig. Ja, 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 ja. Die ist perfekt. Haltet die so. Oh mein Gott, die ist perfekt. Strong, 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 strong. Leute, seht's auch. Leute, seht's auch. Leute, schreiben schon die 32 auf den Cherrysat. Die Leute, schreiben schon. Er sieht's, er sieht's, er sieht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stark, stark. Bro, der Check geht dumm. Der Check geht dumm. Guck dir mal ein perfektes Fragezeichen an. Oh mein Gott, das ist unfassbar gut. Holy shit. Oh mein Gott, das ist so gut. Chat, hier einfach Indigo rein. Rot. Die Zähne grau, weiß, glaub ich, waren die. Grau, dunkel, nee, grau, dunkelgrau waren die. Hier oben ist diese helle, dieses hellere Rot. You know, hier so. Easy. Schön, 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 schön. Wir sollten vielleicht at some point diese Sachen hier nachbauen wieder. I don't know. Hier unten sind auch so Streifen, so kleine. Chat, how the, what can we fucking do, man? You have an idea, I 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 have an idea. How about we get everybody, everybody together and we attack some bullshit? Oh yeah, yeah, okay. Okay, er will, dass wir alle zusammenarbeiten. Okay, wir haben gewonnen, also, wir haben gewonnen. Chat, chat. Es ist ein Surrender, gerade. My enemy's enemy is my ally. Okay, ich verstehe. Okay, chat. Also, wir haben gewonnen, basically. My enemy's enemy is my ally. Bruder, wir haben es gewonnen. Stegi, wir haben es gewonnen. Das ist krass. Hey, chat, danke für eure Hilfe. Danke an Prairie für die Hilfe. Groß. Danke an Missgift für die Hilfe. Easy. Also, was da jetzt gerade passiert ist, ist wirklich krank. Easy, er surrendert, bro. Er surrendert. Wir könnten alle zusammen die My Little Ponies auslöschen. Aber ich weiß nicht, ob 200.000 Viewer ein bisschen viel sind. Chat, what do the German name of that? Jesus. Chat, I get him on Discord. Hast du gehört, was passiert? Ja, ich glaube, er will telefonieren. Das ist das Ding. Ich bin instant mute, ne? Nein, Stegi, du musst mit Lava haben. Ich bin XC-C-Fan.